GAMING NISI ARD Text im Auftrag des WDR Moin moin meine 500 Freunde Ich bin es wieder, euer Gaming Nisi Und heute kommt in all der frischen News4Mate Von mir raus Das ist das Deck, was ich Vom Deck zocke Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren Reinschreiben, was ihr für Deck Also Slots Das ist unten Bei der Spitzhacke rechts daneben, wo man die Waffen sortiert Ich habe Ein ziemlich krasses Deck Das heißt, ich will sie sagen Erfunden, aber ich habe es für mich Gefunden Das perfekte Äh, es sind eigentlich drei Waffen Erste Waffe ist schon da Ist schon am richtigen Platz Ähm, die Waffe muss man eigentlich fast In jeder Runde finden Wir müssen die zweite Waffe unten in BG Also Ich würde sagen Auf Ehremann Auf Ehremann Ja, das ist was Hört Ähm, bei mir ist es so Ich zocke halt Auf 1 Sehr gerne Stresses Waffe Auf 2 habe ich es liebend gerne halt eine Pumpgun Und auf dem Dritten könnte ja Erraten, was ich lieber möchte Ich halt gerne zocke Genau Die Börse Auch nach Farmers Ähm Das hat gerade nichts davon bekommen Ja, ich weiß was ich meine Es wäre sehr heiß mit der Börse Es ist definitiv okay, wenn man der Börse krass krank ist Ähm, ich kann auch noch heute noch wieder hochladen Ähm, da habe ich noch nur Headshot mit der Börse verteilt Das ist einfach nur Zu Crank Und Amadeus snipet auf mich Ich verkeh das, wer Amadeus ist Wo ist der Spanner hin? Die lieb ich schon mal nicht Amadeus nick ich mir den kurz Ich hab' ja bei mir Woh, ist das Ich hab' ja bei mir Nein Das ist das Oh, da kann man 3 an mehr. Auf Ehre, man, den Kill abgestaubt. Haben wir auch schon die Burst, Leute? So, hol da die Waldfee, würde ich mal sagen. Echt, so war ich gerade knapp. So, wenn wir jetzt den 1,4 auch noch bekommen würden. Ah, ich kann mit der Banase gedrücken, nice. So, wenn ich weiß, wo der Peter ist. Wie gehört sich jemand, Ludwig? Oh Gott, wieso ist die Karte so viel los? Alles klar, dear moment. Ja, moll, Leute. Das war definitiv mit meinem Deckvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß, ich bin jetzt definitiv der Pro-Spieler. Aber definitiv bei meinem Kanal vorbei. Ja, das hat jetzt sowieso ich gerade schon geleitet. Verlinkt definitiv meine Videos. Es wäre definitiv ultra, ultra great. Würde mich definitiv auch freuen. Supportet mich, verlinkt mich überall. Ja, probiert dieses Deck aus. Schreibt mir in die Kommentare einfach, was ich will, was ihr für den Deck zockt. Wenn ihr das selbe Deck zockt oder probiert einfach aus, wenn es das Deck wirklich krass krank ist, was ich meiner Meinung nach, es ist nur meine Meinung, so finde, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Und ja, dann würde ich sagen...